Schöpfen! Hast du gestern... Ich hab's selbst angeschaut? Nein, warum? Dann gehst du die letzte Woche vorbei, den Knoblauch dran. Weisst du was da wieder? 20 Minuten aus, so allein aus. Ah, kannst du noch lesen. Bist du da zu einem Internet-Kafel aus gewesen? Nein, nein, schau, ich habe ein neues Steilfeld. Ah, hast du alles gebraucht? 20 Minuten aus, so allein aus. Kannst du anwählen, siehst du da. Ist das das mit der Garnit-Auflösung? Weisst du das? Nein, das ist nur das neue. Bei der Garnit-Auflösung ist es der Blödsinn aufbucht, dann hast du es noch vorgeschiessen. Aber eine Zellen-Auflösung kannst du mit der Kuh nutzen und mit der Buchen. Das ist doch gut, ja. Ja, ja. Du, aber, äh, zeig ich euch, was ist denn da? Das ist mein Twitter-Account. 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 Und ich sage immer, acht auf dich. Ja, acht auf Facebook-Kuss. Kannst anwählen. Kannst nicht den ganzen Tag machen, mit Kopfhörer. Ja, das ist mein Twitter-Account. Ja, das ist mein Twitter-Account. Und dann, siehst du ihn auch an deine Kollegen so machen. Ja, und weisst du, wenn dir jetzt eigentlich gefällt, oder ja, wenn dir etwas gefällt, dann kannst du da markieren mit so, Gefällt mir an. Ah. Ja, schau mal, zum Beispiel bei denen, denen gefällt mir. Auch andere kannst du da markieren. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Ja, ja. Ah, nicht die? Ich finde, die hat noch einiges. Hab ich noch einen Person? Hättest du eine Karte, du Hacker? Nein. Und da warst du Zagelvogel? Das ist ein Anfektor. Da wurde ein Anfektor über Facebook. Da wurde ein Anfektor über Facebook. Da wurde ein Anfektor über Facebook. Da wurde ein Anfektor über Aufmerksamkeit. Also du, und jetzt? Das war eine Venteeinladung. Eine Venteeinladung. Auch nicht, ob es ein Lukas ist. Nein, wir haben den Kalender fertig. Jetzt haben sie durchgegeben, dass der Flüchtling eine Party ist. Ja. Logisch, bin ich dabei. Ja, ich habe zu gesehen. So gehen wir uns auf YouTube aus und schauen. Hey, YouTube, das Lachen. Alles klar? Hey. Zeig mal, was ist es so aktuell zum Theater? Der grösste Zeit, den wir momentan anschauen, weisst du? Äh... Sie hat die Fabrik nicht gehabt, sie sagt mir, es ist gleich gut, aber... Applaus 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 Ich suche etwas gewisse Sache. Das habe ich selbst Bestrub pense, Sie wissen zurück Und dann habe ich mir etwas mit mir gesehen, was ich sage, nur um 1. Für die Umhänge und das ist schon ein 6-Jahr-Bring. Ich habe mir das Gefühl, dass ich mir zahle, dass ich mir selbst in jedem sein, selbst in den Augen blicke. Das war ein super schönes Unterbass. Oh, cool, ja, ja. Ja, und da gibt es ein Süsserswacht. Jetzt machen wir ein bisschen Dünn-Dünn zu machen, denn ich habe ja eine Fertigung. Also, erst mal. Ich bin gleich mit der Sprache, denn ich mache mir die Zeit. Du hast heute Nacht und ich mache mir das реif예요. Jetzt muss ich markieren, dass ich hier war. Und jetzt legt das wieder an! Jörg, wie ist es das? Zeig mal, woher hast du das Gehäufel? Da hast du gestern so eine sexy girl an mir vorbei gekannt. Das war schon recht dunkel. Und dann ist das Gehäufel an mir. Dann wirft die Kleider von mir. Und dann wirft das Steinbäde an. Und ich nehme alles von mir. Aber lass mein Leben! Mach mal den, weißt du was? Ja, und ich denke, ich bin Steinbäde.